Hallo, ich bin Tobias Mittelbach von SRS. Ich bin hier auf unserem Trainingsgelände in Thalheim in Sachsen und seit letzter Woche dürfen wir wieder hier trainieren. Die Kids freuen sich natürlich voll darüber, einfach wieder draußen zu sein. Nach diesem doch längeren Shotdown sind wir einfach happy, jetzt wieder hier zu sein. Ihr werdet gleich in dem einen oder anderen Clip sehen, wie die jetzt abgehen. Da wir zum Blick draußen unterwegs sind, sind die Abstandsregelungen relativ gut einzuhalten. Wir versuchen in kleineren Gruppen das Training stattfinden zu lassen. Wir sind sehr dankbar für die Lockerungen und wir hoffen, dass es weiter gelockert werden kann, dass wir noch mehr und freier einfach unser Training machen dürfen und genießen einfach das Abo, was wir jetzt schon haben. Bis zum nächsten Mal. Let's go. Ach so, wir fait eine ganze Menge Jefferson Louis Hotel. Wir wollen hier auf Kiroe und Leslie. Vielen Dank.